hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars mit mir dem torben und mit einer person die so ewig nicht mehr dabei war seine stimme hat sich auch verändert und leute was wir direkt am anfang ankündigen müssen es gibt einen fake auf dieser welt okay okay aber nur wenn du richtig sprichst ja okay sehr gut 25 bronze waren in meinem inventar aber ganz oben so also es gibt einen faker flo macht das aus alter ja aber jetzt machst du wieder die machte eine so kopfschmerzen flo bitte bitte also junge die ist viel zu hoch manche manche laute hört man gar nicht mehr ich muss den floh so viel leiser drehen jeder laute ton der da von sich gibt der übersteuert einfach richtig fertig oh das ist ja super okay also es gibt einen faker ja du bist ja es gibt einen faker und baut sich einer im bronzespawn ein wir sind rot oder ja ja es gibt einen faker und zwar heißt dieser faker copstab rp so wie wir geschrieben werden also der faker heißt nicht so sondern der hat sich in minecraft copstab rp genannt genau weil es ja diese umbenennungsfunktion gibt wenn ihr wissen wollt wie man sich umbenennt könnt erstmal in die kommentare schreiben vielleicht gibt es ja eine nette person ich will jetzt keine namen nennen torben die darüber ein tutorial macht damit ihr euch alle copstab rp nennen könnt nein das wollen wir natürlich nicht genau das habe ich ja auch noch gestern in dem video gesagt da ist eh wieder dann irgendeiner also jetzt nicht um von uns habe ich das eigentlich nicht erwartet weil wir noch nicht so bekannte wie sage ich mal andere youtuber wenn das jetzt schon allein bei uns passiert wir haben stellt euch jetzt vor wir hätten den namen mal kurz gewechselt für einen monat wechselt man in der immer und dann wäre unser name einfach weg gewesen und ja mit dieser person die sich copstab rp genannt hat habe ich auch schon gesprochen und die hat allein ja die hat alleine heute irgendwie fünf freundschaftsanfragen bekommen oder so und halt darauf nicht rein genau fällt darauf nicht rein das ist nicht der echte der die das echte wir verpetzen jetzt auch nicht den server noch dass der das war richtig das wäre absolut unverschämt aber ich habe übrigens schon ein bett kaputt gemacht na ach du bist das ja ich habe meine arbeit dass das avatar jetzt auch dein wieso habe ich mir essen geholt um zu bruschen ich habe voll lange kein bett was mehr gezockt und für meine schlechtigkeit so sieht das halt aus woher kennt man auf die ach da an diesem blöcken das wollten wir direkt zu anfang mal kurz los werden dieses problem weil ich finde das echt nicht so cool macht gerade auch ein bett kaputt und gut gut ja mich nervt gerade so ein gäbe mit ankündigung er ist ja super flo das ist ja spitzen mäßig die gelben waren so krass gut und jetzt habe ich deren bett kaputt gemacht ja die hatten eisenschwerter bürgen und ich habe deren bett kaputt gemacht mit den übelsten xx tactics xx mit den xx hat die ppp xx hat die technics wenn ich bitten darf aber technics kannst du auch sagen und jetzt kommen übrigens zwei over equipped gelbe ich glaube die wollen ein wenig beef haben mit uns das ist schlecht was ich nicht allzu cool finde aber ein gäbe als tot mit den xx tactics xx und er hat das spiel verlassen und hat damit eine fünf minuten sperre kassiert das sind auch richtige xx tactics xx so der xx win nation xx wination xx steht da auch einfach so auf dem weg und ist jetzt auch tot der war richtig over equipped lebt nun auch nicht mehr jetzt lebt noch die let's place hd 11 das mag nicht warten ich will auch noch spielen es gibt auch noch zwei blaue du darfst die blauen töten floh ich darf die blauen töten bin ich nicht großzügig furchtbar ist toll ich töte noch die zwei gelben mit meinen xx tactics drei gelber okay ein gelber tot alter nee aber keine ahnung ich vernichte ich habe ich vernichte gerade die ich vernichte ich vernichte gerade die over equipped gelben mit einem stock und einer spitzhacke nein der letzte gelbe hat mich gewonnen hat leider ich wollte den eigentlich ich wollte mich eigentlich dabei öpfern ich habe komplett team geld vernichtet mit dem stock ich ja geil alte diese waffe ist auch noch gut vielleicht kann ich jetzt einen brand der hat die perfekte an den rand gelockt aber ich habe es nicht gebacken gekriegt das ist blaue das ist blaue ich habe es nicht gebacken gekriegt die zu töten ha nein ich bin tot ha nein ich bin tot war eigentlich auch nur ein witz warum kaufe ich mir eigentlich immer eine spitzhacke ist das weil ich mir keine bessere waffe leisten kann weil betten muss ich ja nicht mehr so richtig kaputt machen aber weil ich falls es war dazu braucht man auch nichts machen tot um holt ihr den holt ihr den lockt den lockt den zum rand ich bin okay mache ich bin runter gefahren das ist natürlich göttlich das ist xx skill xx hd xx skill lp ja das würde ich auch sagen oh es wird nur noch ein blauer nein ich töte den jetzt sag mal bist du eigentlich ja er ist tot das war eine sehr lustige runde sieben minuten und 40 sekunden lang doch gg gg schreibe ich noch mal ähm ja leute wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne eine positive bewettung da lassen ähm auch wenn es euch freut dass der flo mal wieder dabei war ja der faker muss getötet werden nein muss er nicht doch ihr dürft ihn bitte auch nicht beleidigen doch ich mag es nicht wenn sich unsere community beleidigt der gehört nicht mehr zu unserer community top und ja wenn ihr nichts mehr verpassen wollt abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein und ciao tschüss tschüss